Ich muss erst wieder Level-Up machen. Marcel baut erst wieder hier oben die Dachverteidigung auf, ne? Hä, muss auf einen. Ich bagge erst mal in der Luft rum. Adrien, ich hab schon volle Diamanten momentan. Äh, Mana momentan. Dann kann ich Jensen ein bisschen nehmen. Huah, meins. Hoch hier. Willst du nicht mehr die Dachverteidigung aufbauen? Doch. Oh, da sind so viele Kanonen oben rauf. Das ist auch witzig, wenn die dann wirklich hier die ganze Zeit mal runterschießen. Einfach über die Luft laufen. Yeah. Wenn ihr das hier herausgefunden habt, ich muss hier einfach bloß im Gang stehen und dann die ganze Zeit schießt und dann links und rechts laufen und dann tötet ich alles. Guck mal, ich steh zwischen beiden Harpunen in der Luft. Ja, Jens, gib mal Mana. Bitteschön. Danke sehr. Ah, ich spür euch an, ich spür euch an. Ah, sag doch, dass ihr los macht. Oh, ich muss immer runterlaufen. Wenn du bereit bist, dann bist du wohl bereit, denke ich mal. Du musst immer runterlaufen, vergess das nicht. Ich spür euch mal her, Alex, wieder. Dann bin ich doch nicht bereit. Gut. Das ist aber geil. Der Assassine springt gerade in die Luft und dann trifft die voll die Kanonenvogel. Das ist doch geil. Ah, boah. Du wirst alles. Denken die sich so, dass sie mich fertig machen? Oh, schieß die Kanone bitte hin. Kann ich nicht mal gerade schießen? Ah, geht doch. Quatsch, die hat was gesoffen. Hm. Ich wollte den Gegner ja, da fuck. Ja, mittel ist dann wieder zu leicht, ne? Gibt es nicht noch was anderes? Normal. Das ist ja im Prinzip normal, danach gibt's schwer und dann gibt's noch was schwieriges, noch, noch mehr. Das war schon wieder Skill. Das wird langsam nervig. Ich finde gut, dass man relativ schnell hochkommt und nicht drei Jahre auf einem Level hängt. Das muss nur noch Gandal 4 drücken, dann sind wir zufrieden. Upgrade gleich jetzt. Ah, Vater. Da ich eigentlich bin, die Gegner kommen gar nicht so weit nach hier hinten, aber ich upgrade es trotzdem. Ich mach das immer so von jedem 1 und damage 2. Von jedem 1, wie viele Skillpunkte hast? Fünf. Nein, also von den Hauptskills nur. Das andere skill ich ja gar nicht. Ich will wenigstens meine Geschwindigkeit auf 100 kriegen, äh. Bei mir ist es nur Workgeschwindigkeit und das bringt irgendwie nicht wirklich viel. Doch, das... Das ist nicht der Tag-Speed, sondern die Geschwindigkeit, wie schnell ich, äh, die Sachen baue. Die ist doch schon, Max, richtig krass hoch beim Dingsbums, ähm, in der Bauphase. Hä, was? Die Sachen, wie du Sachen baust, die ist doch schon so hoch in der Bauphase oder im normalen. Ich denke mal eher, dass, äh, diese Geschwindigkeit... Das ist, was du dann, äh, im Fight hast, so mit Reparieren und so und Teilen. Seh nix. Jetzt hast du dadurch einen spürbaren Attack-Speed-Unterschied, oder was? Hm, nein, Geschwindigkeit ist eigentlich, ähm, der Lauf-Speed, den du hast. Dass das dann schneller durch die Gegend läuft. Ja, wo du musst das auch von, ne? Weil das sowieso Max ist. Höher als 100 kannst du gar nicht haben, weil du dann... Ne, weil du dann sowieso automatisch schneller durch die Gegend läufst. Glaube ich auch alles schneller machst. Auch schneller bauen, schneller, äh... Ne, schneller bauen ist ja dann wieder mit Geschwindigkeit. Mann, ich mach' mal ne Pause, ich möchte upgraden. Okay, da kommt ja ne arsehnte Pause. Ich hab zu viel Mana. Ich weiß, ich auch. Jens, hab mal die Ahapun-Kanonen auf den Dächern. Bin schon auf dem Weg. Oder erstmal an dem Eternia-Kristall. Ne, die mach' ich mal du auf den Dächern. So, bitteschön. Oh, ich brauch' noch ein bisschen Mana. Juhu, abwärts. Ja, erstmal die Itembox kurz gucken. Oder auch nicht. Anklasse. Bitte. Ich hab' hier leider relativ wenig gewesen. Egal, dann krieg's mir eben hier jetzt in der Welle. Feuert, die Kriegsball ist. Na, ab. Ich quatsch' schon machen. Darf' ich doch schon. Rams, 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 Rams. Direkt in die Tür rückklöpfen. Kommt gar nicht erst raus aus dem Scheiß da. Ey, Oga ist doch schön und... Na, bei mir hier unten. Auuuutsch. Was für Hilfe, ey. Na, noch geht's. Das sind wir doch eigentlich schon gewohnt, die Gegner. Boom. Mana Bombe, verzieh dich. Ich hab' mal durchgezogen, ja. Ja, zieh' dich doch. Das sind meine Gegner. Ehrlich. Ich schaff' das schon alleine. Keine Sorge. Ich will doch nochmal sicher gehen. Ja. Nur was halber stehen hier oben noch zwei Harpoon. Die werden's auch noch schaffen. Da ist doch Oga Stufe 2. Ja, und der ist easy. Das ist mittel. So, die Harpoon von Marcel machen schon 1600 Leben und keiner von denen hat so viel. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Mir hängt das mal an der Ausarsch und Ohren raus. Egal, damit wir offenbar sicher sicher gehen. Hm. Du meinst. Mini Schwert. Wird Schwert. Na, gehen wir wieder hier runter. Boom. Kommt noch irgendwo ein Oga, das ist bei mir der Einzige da. Ja, bei uns kommt auch noch einer. Ja, aber auch. Bei mir ist er oben. Aber nur ein Billo Oga. Bei mir auch. Deswegen. Bei mir kommen mehr Veränder als bei dir. Da fuck. Hm? Ja. Da kommen noch mehr Gegner als bei dir. Jetzt hab ich den Gegner gar nicht gesehen, weil wir das aufladen, ein ganzes Bild, ein ganzes Bild verdeckt haben. Hey, ihr Gegner, bleibt stehen. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Bei mir. Yay, eine Runde durchschnetzeln. Brams. So, Oga down. Da müssen die Scheißer sind, dass sie dann immer auf den Hörner springen. Höhöhöhöhöh. Wow. Ich hatte das schwerer, ein bisschen schwerer an der Einhöhung, wenn ich ehrlich bin. Tja. So kann die Erinnerung manchmal täuschen. Was? Das war noch nicht mal die Hälfte. Das sagst du mir wieder an der gleichen Stelle. Es sieht immer so aus, als wäre es schon gleich vorbei, weil hier nichts mehr draußen ist. Bei mir. Ich habe schon 20 Items gefunden. Out, 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 out. Na, la, 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 la. Ah, e-spammen. Man könnte nebenbei noch ein Kaffee spänken gehen. Schlecht, wie die Gegner sind. Du, ich nicht. Ey, wir müssen ja noch nicht mal was machen. Hä? Deswegen meine ich ja. Ja, was machen wir? Ja, jetzt ist mir sogar so langweilig, dass ich auch noch reparieren kann. Ja, mir geht nichts kaputt durch dich. Gut, bei mir ist alles clear. Bei mir auch. Bei mir sind die letzten drei. Ich habe mal alles aufgeladen, was auf dem Boden lag. Ja, wenn wir wohnen heute. Oh, ne. Da liegt noch ein Item. Das ist grün. Das war grün? Das war grün. Das war sowas von tiefgrau bei mir. Das ging gar nicht mehr grau auf. Na, bei mir ist grün. Ach ja, dann wollen wir mal hier da durchgehen. Acht Seiten Items. Jens, war es das? Oder das? Wahrscheinlich letzteres. Das erste ist es schon mal nicht. Das ist, ich habe mir noch nur eins drauf. Und das zweite war es anscheinend. Auch nicht. Kannst du mit beiden. Nicht, und warum sammelst du die dann einfach ein? Weil ich es nicht gesehen hatte. Ich habe gerade irgendwie, glaube ich, eben auch so ein F gedrückt. Ach, das sind Tiere, diese Viecher. Ach, hast du, hast du. Die von Team Fortress. Also Medic und so, das sind alles Tiere. Mhm. Ich bin auch voll das Tier. Jetzt habe ich einen Engine, um am Kopf rumzuschweben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was zu sein. Jetzt weiß ich es endlich. Kann ich mal irgendwas für ein Müftiges, Bro? Okay. da haben wir es wieder m 80.000 so nur das ist ganz schön nicht aufwerten heute schon bis auf m m m bei mir ist alles erstaunlich gesegnet es auch erstaunlich gesegnet ja ich weiß und es muss ausgeben hat jetzt die rüstung wirklich minus 3 10 minus elf prozent es lohnt sich nicht wirklich das nächste mal wieder man kann die hell man kann die fiecher noch upgraden ja kann man hat er hat er beide eins wieso habe ich keins Hast du die Box in der Taverne schon geöffnet? Ne, da gab es bei mir keine. Da gibt es bei mir keine. Ich habe gerade keine Lust zu sehen. Wenn ich Singleplayer öffne, ist da nichts. So Marcel, dann können wir dann mal in die Taverne gehen. Kann ich auch dann die Aufnahme in Ruhe beenden. Kannst die Aufnahme in Ruhe feiern. Ja, dann geh mal feiern, Jens. Äh, BN hab ich so gesagt hab, okay. Ne, geh mal ordentlich feiern. Ne. Kriegen Lust. Oh ja, Waffe-Upgrade kostet 26k, genau. Hab ich gerade auch gemacht, einmal. Bin schon bei 80 oder so? Unnötig. Wieso? Wenn man sowieso voll viel bekommt. So, sowieso noch 38 Sekunden, 37, 36, 35, 34. Ich hab schon weitergemacht, das fehlt nur noch Adrian. Jetzt nicht! Du musst auf, nicht wir. Mal gucken, was das nächste Level ist hier. Drei Mana wurden deiner Bank gezogen. Oha. Yeah. Die endlose Tür. Endlose Tür. Cool. Wir können ja auch gleich mal zeigen, warum die so endlos sind. Ja, ich glaub, das machen wir noch. Jippie. Juuu. 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 So, ne, dann, ähm, gehen wir mal wieder zurück zum Gasthaus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.